Willkommen zu einer weiteren Folge Content Warning, heute mal mit Sterzig und Keystroke. Und wir haben uns die Aufgabe genommen, dass wir in jeder Runde ein YouTube-Thema wählen müssen. Das wir in der Runde thematisieren, ist extrem witzig geworden. Es gab schon wieder neue krasse Gegner, die noch viel krasser waren als das, was ich je gesehen habe in dem Spiel bis jetzt an Gegnern. Deswegen wünsche ich euch auch viel, viel Spaß. Wenn ihr wisst, wie man solchen Gegnern ausweicht oder sie besiegen kann oder von ihnen loskommt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Es wünsche ich euch sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel gelacht und es war sehr, sehr nice. Daumen nach oben da lassen und Abo! Wir müssen immer viral denken, nicht vergessen. Ich denke nur viral. Ich bin Mr. Viral. Okay. Auf Abfahrt. Sterzig, die Klappe 1. Auf nach Berlin Mitte. Ne, wir machen gleich unten Neues. Okay, aber ich möchte einmal... Diese Geräusche. Okay. Gut. Boah, sieht echt aus wie Berlin Mitte. Ich finde es krass. Eieieieieiei. Ja, ja, hier ist auch Rathaus und so. Ja, oh man. Okay, ich würde so ein schönes Selfie-Video machen. Äh, von uns dreien. Okay? Ja. Okay, stellt euch mal hinter mich. Soll ich sowas rufen wie... Yo, what's up, people? Wir werden heute kranke Kacke erleben in Berlin Mitte. Wir tumpen uns und dann kommen wir hoch. Ja, okay. Ich sag so, yo, ey, meine... Meine Cave Bros, wo seid ihr? Und dann kommt ihr hoch und macht einfach Krach, okay? Okay. Okay. Okay, 3, 2, 1... Wir sind jetzt unten in dem Cave Bro. Wo sind meine Bros? Yo, 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 Berlin Mitte. Yo, wir werden klasse Sachen filmen. Ich zerleg die Bude. Das wird so krank. Oh Gott. Okay, wir müssen immer dran denken, wenn Sterzig stirbt, wir brauchen das Video. Wer hat denn das Soundboard? Genau, ich erwarte passende Soundeffekte für den perfekten Clip. Ja, das ist eigentlich eher so mein Ding, oder? Ja, aber warte, dann kriegst du die Soundeffekte und ich filme. Wie wechsle ich die durch? Ja, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sterzig, okay, am besten wir gehen jetzt hier richtig schön in die Mitte rein hier, wa? Yay! Und wenn Sterzig stirbt, mach ich den hier. Genau. Das ist perfekt. Okay, Sterzig, wie heißt dieser Ort hier? Okay, warte, ich mach kurz Dokumentar, wenn ich sie was. Wir sind jetzt auf dem Weg, die wir treffen. Ich habe ein wenig Angst, aber meine Freunde sind bei mir. Sterzig, Sterzig, film mich mal. Das gibt Punkte. Das gibt Klicks. Ernsthaft, film mich! Wartet, kommt mal hoch. Das gibt echt extra Klicks, ne? Wir springen jetzt alle runter und filmen. Ja, das werdet ihr sehen. Okay, ich springe jetzt daher. Ich filme, ja? Okay, ab, film und dann 3, 2, 1. Warte, 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 ich mach einen schönen. Und bitte! Yay! Wuhu! Das war richtig gut. Gut, perfekt. Wir haben jetzt noch nichts Sinnvolles gedreht. Es war nur scheiße. Okay, Vorsicht. Guckt auch immer an die Decke, ne? Ja, aber jetzt wird es recht gut. Okay, hier rechts und links gehen Türen auch nicht zu. Komm, es geht. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Echt nicht. Warte, ich will mich, sag das nochmal. Sag das nochmal. Großer Gott, Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Das ist merkwürdige Atmosphäre. Hört los. Ich hab auch, ich kann nicht mehr. Das ist perfekt. Und jetzt läuft zwischen meinen Beinen eine merkwürdige, warme Substanz. Was ist das? 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 Sag das nochmal. Zwischen meinen Beinen brennt sich eine merkwürdige, warme Substanz aus. Was ist das? Bei mir ist es zwischen die Backen. Oh Gott, etwas braun. Das liegt, das kommt zwischen deinen Backen raus. Was ist das für ein Geräusch? Wir haben noch 38. Danke. Ja, ja, nicht so viel Film. Warte, wo seid ihr? Ich komme zu dir. Ich komme zu euch. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Oh Gott. Lauf, film, film. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Oh nein, seid ihr tot? Seid ihr tot? Seid ihr tot? Nein. Please. Oh nein, ihr seid tot, oder? Oh shit. Oh mein Gott. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh my damn. I'm going ham. Shit, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, shit. Ich glaube, die sind tot und ich muss jetzt die Kamera holen. Fuck my life. Tja, einmal mit Profis aufnehmen. Oh Gott. Wer hatte denn jetzt die scheiß Kamera von denen überhaupt? Ich weiß auch nicht mal, wie hier rauskommen. Da vorne liegen die Körper. Und da liegt die Kamera, glaube ich. Okay, raus hier. Film unsere Leichen. Loser. Okay, jetzt muss ich irgendwie raus. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich weiß nicht mehr, wohin. Oh Gott. Ich will doch einfach nur Fame werden. Alles für die Clips. Oh, das sind die Laser. Das ist gut. Das kam mir da nicht her. Oh Gott. Ich bin echt nervös gerade. Ich habe richtig Herzschlag. Alles für die Clips. Oh, ein Kopf. Ein Totenkopf. Bitte lass mich raus. Wo geht es hier raus? Bitte. Hier ist ruhig. Das ist gut. Oh Gott. Oh ja, hier. Ich habe es. Ich habe es. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, ja. Okay. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ganz ruhig. Ganz ruhig. No matter what happens, I will stay calm for my friends. Okay, Berlin-Mitte ist echt. Berlin-Mitte lebt. Okay. Wo ist jetzt unser Schiff? Where is the shit? So, Leute. Ich weiß nicht, wo lang. Ah, da hinten. Oh Gott, bitte. Bitte lass mich gewinnen. Oh oh, ich höre da was. Shit, wo ist das Schiff, Mann? Ah, ich habe mich dann ein bisschen lieber mal das. Ah, hier. Okay. Gut, gut, gut. Immer schön vorsichtig. Oh Gott. Ja, Leute. Ich habe es geschafft. Das Einzige. Das Video geht auf meinen Kanal, ihr Loser. So. Okay. Wir filmen jetzt noch ein bisschen. Oh oh. Hilfe. Hilfe. Was war das? Was war das? Was war das? Habt ihr es mitbekommen? Was war das? Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, nein. Ich komme nicht bewegen. Mach das zu. Nein, fuck. Ich will nicht sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach zu. Mach zu. Oh Gott, nein. Ich bin tot. Nein. Fuck my life. Unsere Aufnahme. Ah, die ist weg. Oh, scheiße, Mann. Ich habe dich da geholt. Oh Mann. Das war so wie so ein Slenderman. Können wir das uns nicht mehr anschauen? Nee, das ist weg. Ich habe einen Puls von 85, ne? Ich bin richtig nervös gewesen. Oder vielleicht nicht. Woher weißt du, dass du so einen Puls hast? Ja! Sie liegt hier! Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott! Sie ist hier! Ja! Oh Gott. Warte, warte. Outro, Outro, Leute. Ja. Hinter mich. Let's go! Wir sind alle gestorben, Outro! Oh Gott, ich hoffe aber, dass es auch drauf ist, ne? Alter, Gott ist genug, bist du da drin gestorben. Oh. Let's go! Wir entwickeln. Ich mach's nochmal ne Taschenapparat, die ist leer. So, zack. Pass auf, pass auf. Pass auf. So, macht's euch bitte alle gemütlich. Ja. Ich hab jetzt den Film für euch entwickelt, auf dieser DVD-ROM. Ja. Was ist der DVD? Was das ist? Ja, hab ich noch nie gesehen. Das ist ein lokaler Wartenschweger. Ah, okay. Auf dem Daten gespeichert werden können. Äh, und ja. Okay, rein damit. Wir müssen uns angucken. Na, mach mal. Boomer. Jetzt noch nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cave Encounters, ihr Fickies. Herzlich willkommen. Wir, wir filmen jetzt kranke Scheiße. Und cut, 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 cut. Wir sind jetzt unten in dem Cave, Bro. Wo sind meine Bros? Yo, 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 Berlin, bitte. Yo, wir werden klasse Sachen. Wir sind jetzt auf. Ich habe ein wenig Angst, aber meine Freunde sind bei mir. Bitte. Oh, shit. Meine Freunde sind gefallen. Ich gehe... Ach, du Schalz. Aussterzungsfell. Was ist hier los? Fett ist merkwürdige Atmosphäre. Hörf, los. Ich habe richtig aussterzungsfell. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Aussterzungsfell. Zwischen meinen Beinen breitet sich eine merkwürdige, warme Substanz aus. Was ist das? Bei mir ist es zwischen den Backen. Schmachs doch, Fremd. Oh, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Digga, wir haben 50 Aufrufe. Geil. Alle 50. Ja, Leute. Ich habe es geschafft. Wenn es nur im echten Leben so wäre, ne? Ich gehe auf meinen Fanal, ihr Loser. Oh Gott, oh Gott, was ist das? Oh Gott, oh Gott. Hilfe, nein, ich kann mich nicht bewegen. Let's go. Wir sind alle gestorben, Outro. Guck mal, wenn ihr das jetzt, wenn ihr das speichert, habt ihr es am PC und könnt es euch anschauen immer. Voll geil. Alter, 56.000 Aufrufe, Freunde. Ja, das war geil, ne? Ist das gut? Ja. Ist das Held auf Plattenniveau, was ich jetzt erreicht habe? Ja, Mann. Ey, lass uns schlafen gehen. Morgen geht's weiter. Ey, ich feier das so, dass wir es gemeinsam machen. Geil. Wir sind ein richtig gutes Team. Team Arbeit. Bub. Das war wirklich Team Arbeit. YouTuber Live, aber total realistisch auch, ne? So ist der echt. So ist der echt. Klicks abkassieren, schlafen geben. Alles für die Gamescom fühlt sich ähnlich an. So Leute, Briefing am Tisch, setz euch. Machen wir Klicks. Ja. So Freunde. 55k. Das lief doch eigentlich sehr gut gestern. Ähm, heute ist Tag 2. Ich hab Lust. Ähm, ich hätte heute mal einen neuen Approach. Wir könnten das Ganze mal wie ein Naturdokumentarfilm drehen. Ganz ruhig. So von wegen, heute schauen wir uns Berlin-Mitte mal genauer an. Ja. Einfach mal was anderes, um vielleicht ein anderes Audience noch abzuhören. Ja, die schönen Seiten von Berlin-Mitte. Genau. Was sagt ihr? Geil. Soll ich so wie Werner Herzog reden? Ja, gerne. Dann sehen wir einen Späti-Verkäufer. Ein normales Lebewesen in Berlin-Mitte. Finde ich gut. Cool. Machen wir so. Dann würde ich wieder die Kamera spielen heute. Ähm, ich würde sagen, genug. Du machst, du bist ein bisschen Darstellerin. Du machst da ein bisschen Action, ne? Du rammelst da rum und du bist Erzähler heute. Okay. Okay. Hier Späti-Verkäufer jetzt am Frühmorgenswischen. Geil. Hier Messer-Attacken überstanden. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Ja, okay. Komm mal mit. Komm mal mit, dann stellen wir uns hier vor die Sonnenblumen. Okay. Wir brauchen mal vor die Sonnenblumen. Wo seid ihr denn? Wie gesagt, habt ihr nicht willkommen. Was ist in Berlin-Mitte? Ne, warte, wir brauchen einen Namen für die Sendung. Ähm. Ich bin so zufällig, dass Leben in Berlin-Mitte. Ja. Heute. Willkommen zu unserem Dokumentarfilm zum Öko-Kreislauf-Berlin-Mitte. Okay. Okay. Hier. Und. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer Dokumentation über das Öko-System Berlin-Mitte. Hier sind Donnenblumen. Hier sind Gelb, weil jemand draufkommt. Ihr seid so dumm. Das ist perfekt, das ist perfekt. Cut, cut. Sehr schön. Nur geht wieder shoppen. Ey, das wird Baba. Das wird ein Baba-Dokumentarfilm. Ich brauche mein Soundboard. Das ist nämlich verloren. Das war wichtig. Ich glaube, das liegt noch hier drin, oder? Ne, das haben wir nicht mehr reingebracht. Ah, ja, 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 ja. Was hast du geholt? Eine Bibel? Ne, irgendwie ein Emoter. Wie kann ich dancen? Okay. Aha. Weil ich muss ja acten, weißt du? Kein Geld. Aber du hast ja ein Gooball. Ein Gooball ist krass. Das ist wie so eine Slow-Falle für die Gegner, die dich chasen. Das kannst du auf den Boden werfen wie so eine Granate und dann bleiben die da drin stecken. Kann ich denn irgendwo meine Batterie wieder aufladen? Hier nochmal die Taschenlampen laden. Ich habe keine. Okay. Sollen wir dann gehen? Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Nicht vergessen, Leute, heute Dokumentarfilm. Ja. Ja, ich bin voll im Element. Let's go. Gut, perfekt. Intro haben wir schon abgedreht. Wie der dir den Kies schon in die Fresse gehauen hat. Geil. Dann machen wir mal auf den Laden. Okay, jetzt muss ich natürlich hier auf der lieben Mitte, muss ich jetzt was haben. Vorsicht, die Monster kann doch jetzt schon kommen, ne? Vorm Eingang. Okay. Ja, ja, vorm Eingang. Gibt es hier irgendeinen Eingang? Ja, hier, geradeaus. Ja, wo sind die überhaupt? Ist ja... Aber nicht vergessen, wenn wir schöne Präten haben, sind kurze Sätze. Ja, ja. Wir haben nicht viel Material. Wir haben nicht viel Zeit. Hier, hier kannst du rein gehen und kannst irgendwie sagen, ja, hier, kannst du ja mal beschreiben, was das hier für ein Eingang ist. Der Liebhützern, ein großer Zungel der Sozialschichten. Hier geht rein. Ja, ja, warte, okay. Und, sehr gut. Im Hintergrund hat sie, genau. Das ist sehr gut. Sehr gut. Und dann springen. Kannst du im Hintergrund gehen? Ja. Und bitte, der Liebhützern, ein großer Zungel der Sozialschichten, wir gehen... Aua, mein Arngans. Wo ist... Stößer da! Oh mein Skrotum. Okay, meine Mäuschen. Sehr schön. Dann gehen wir mal rein. Kannst du jetzt mal, äh, kannst du jetzt mal in die Tür rücken und sagen, dass du deine Beine nicht mehr spüren kannst? Warte. Äh, und bitte. Wir sind drin. Ich spüre meine Beine nicht mehr und meine Sackhaut. Ich auch nicht. Perfekt, danke. Sehr schön, Freunde. Das wird ein Banger wieder. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Eine Kuh. Eine Kuh. Ein Ball. Ein Ball. Der Fußball vereint die sozialen Schichten von Berlin. Warte, warte. Warte, warte. Ich muss ein bisschen nach unten. Genau. Kannst du mal näher kommen? Näher zur Kamera. Klappe, die erste. Warte, warte. Nee, komm nochmal näher. Komm nochmal näher. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, mach Klappe. Und bitte. Ein Ball. Das soziale Medium, was die Schichten verbindet. Oh, Finn. Folg Finn. Oh. Das war da. Das war da. Kontakt. Erster Bürgerkontakt in Berlin, bitte. Hallo, betreiben Sie ein Späteam. Okay, lass vorbeilaufen. Let's go. Nö, weg mit ihm. Okay. Nun, geh gleich mal auf ihn zu und versuch mal mit ihm. Hilfe. Hilfe. Wie ein Mitarbeiter von uns versucht, Kontakt aufzunehmen. Hallo, kleiner Pfiefermensch. Okay, komm. Das ist ja... Was ist das? Eine Schnecke. Ich will hier weg jetzt, Mann. Glaubst du? Er war ein anderes Problem. Hier ist die Sackgasse. Hier lang. Ich habe kein Soundboard mehr. Jetzt will ich hier. Komm hier lang. Lass uns weiter. Lass uns noch mal weiter rein. Wer ist langweilig, der Kollege? Der Kollege. Der geht keine Flix. Mach mal was Extremes vor mir. Das ist auf YouTube. Wenn ihr rennt, geht eure Luft schneller aus. Ja, ja. Was? Wenn ihr rennt, geht man nicht schneller aus? Die Luft. Die Luft? Achso, ja. Das ist unser CO2. Wir sind ja eigentlich unter Wasser. Oh. Hört ihr doch hinterher. Hä? Warte, da ist irgendwas anderes gewesen. Wo? Warte, warte. Hä? Oh, oh, ja. Ist das eben da den vorbeigemann? Oh, oh. Oh, oh, da kommt ein Geist mit dem Messer. Da kommt ein Geist mit dem... Nee, ein Geist mit dem Messer. Da müssen wir filmen. Oh, oh, hier ist noch was. Okay, genug. Sag mal. Ah! 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 Hilfe! Oh Gott, Hilfe, es hat mich geschlagen. Nein, Hilfe! Na, was ist das denn? Okay, lass gehen, lass gehen. Ich will gehen. Kies ist tot, oder? Ah, nee, doch nicht. Lass laufen, lass laufen. Oh, shit. Nein. Wir müssen abbauen, wir müssen abbauen. Okay, ich gehe an dem Schneckmann vorbei. Lass dich wieder nach oben. Ah! Ah! Ah, Hilfe! Hilfe, Hilfe, was ist das? Hilfe, oh mein Gott, Hilfe. Ich bin gleich tot. Ich habe meine Lampe fallen lassen. Lass abhauen. Ich gehe weg. Nö. Scheiße, abhauen. Abhauen, abhauen. Okay, lass uns gehen, lass uns gehen, lass los gehen. Ich brauche die Lampe vielleicht. Schnell. Da vorne ist der Geist mit dem Messer. Ja, ich brauche die Taschenlampe vielleicht. Okay, lass uns weiter. Ja. Oh, shit. Oh mein Gott. Wo sind wir überhaupt? Sind wir da? Hilfe! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 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 oh nein. Nein, Kies. Ja, ja, er muss die Kamera holen. Oh nein, sag ihm das bitte. Sag ihm das bitte. Bitte. Okay, warte. Kies, du musst die Kamera holen. Oh, scheiße. Er hat, er hat. Er hat die Kamera. Lauf, 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 lauf. Oh shit, Leute. Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Oh oh, da ist ja noch irgendein Geräusch, ne? Ja, ja, da links in die Ecke steht wieder dieser heutige Geist. Er muss halt dann vorbei. Oh shit, ja, ja. Scheiße, nein! Er schafft es, er ist nicht tot, oder? Ich bin tot. Oh nein. Ich hatte gar kein Leben mehr. Ich hatte noch so einen ganz kleinen Streifen. Das kann doch nicht so schwer sein. Die Berliner sind schon echt durch, ne? Ich glaube, wir dürfen nicht immer so weit reingehen. Wir schlafen eine Nacht drüber und dann überlegen wir uns nochmal was. Dann darfst du mal sich ein Videokonzept überlegen. Okay. Was mit Teleshopping? Wir müssen noch was verkaufen. Oh Gott. Oh Gott. Der letzte Tag. Was alle brauchen. Multiflexi-Messer. Mit Leuchten der Dark-Funktion. Also ich finde die Teleshopping-Idee eigentlich nicht schlecht. Ich fände aber... Lass mich kurz mal... Lass mich kurz mal... Ja, Freunde, ich möchte mich für gestern entschuldigen, dass Sie nicht so gut und dazu noch unsere Aufnahmen verloren gegangen. Ich hoffe, ihr vertraut mir nach wie vor, ich möchte gerne GNU heute für den heutigen Tag einmal die Macht geben. Du bist unfassbar leise. Du bist unfassbar leise. Ich möchte so ein richtig dummes YouTuber-Clickbait-Video haben, wo wir einfach die ganze Zeit übertreiben, obwohl da gar nichts ist. Und so richtig schlecht gruselige Stimmung aufbauen. Wie so Lost-Places-YouTuber halt. Ohne Soundboard schaffe ich das nicht. Ja, kriegen wir. Also machen wir ein Lost-Places-Video weg. Genau, aber so ein richtig übertrieben schlechtes. Dann versuchen wir das Ganze mal. Guck mal, das sind ja unsere ganzen Sachen. Ich habe hier einen Defibrillator. Geil. Nee, das sind... Warte mal, das sind... Das sind, glaube ich, die Sachen, die ich in meinem letzten Mann da hatte. Ja, die behalte ich jetzt. Ich kann euch wiederbeleben. Aber damit kann man wiederbeleben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier mal ein Intro. Ich würde mal die Performance einleiten. Los, hauf mal bitte ins Soundboard. Noch schnell. Doch. Du bist doch reich. Ja. Also nicht ja, aber wir haben noch Geld. Soundplayer 100. Und eine Taschenlampe kriegst du auch noch. So, eine Taschenlampe. Sehr schön. Sehr schön, Chef Faces. Okay. Schön. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich das Intro mal machen. Blue Film. Okay? Ja. Blue Film. Den Sound, den du gerade gemacht hast. Äh, Keith, der war klasse. Ja, ja, richtig. Äh, ich rede und sag am Ende, Let's go, wir gehen rein. Und dann machst du das Geräusch. Machen wir mal? Okay. 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 Läuft es schon? Drei, zwei, eins, jetzt. Yo! Wir gehen heute in ein Lost Places, was seit 60 Jahren verflucht ist. Hier waren 68 Morde und hier hat auch meine Schwester keinen hingekackt. Wir gehen rein. Perfekt. So, ich muss jetzt echt nur noch Monster filmen. Wir haben 85 Prozent. Es muss nur noch geiler Shit drauf. Das passt. Let's go, meine Freunde. Papa, wir gehen rein. Leute, das wird geil. Wuuuuh. Lalalala. Also wichtig, echt nicht zu tief reingehen, weil wir sind in der letzten Runde. Die Monster kommen dann hier draußen schon. Ich meine, die Menschen. Okay, CC, Senor. Ja, ja, okay. Bin ich, bin ich, bin ich. Ja, aber ganz schnell, weil wir haben nur 85 Prozent. Let's go. Okay. Oh mein Gott, Leute. Wir haben da hinten gerade aliens gesehen. Das war perfekt, perfekt. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir springen wieder runter und filmen. Das bringt immer gute Views. Und zwar alle gleichzeitig. Ich tue so, als würde ich gehen und runterfallen und ihr seid dann total gestorben. Drei, zwei, aber drei, zwei, eins, let's go. So, hier ist auf jeden Fall gefährlich. Ich hoffe, dass ich nicht... Okay, meine Mäuschen. Dann lass mal nicht so weit reingehen, weil ich glaube, es geht gleich ab, die Kacke hier. Wir brauchen Licht. Hat niemand Licht von euch, Leute? Lampe? Mensch, Sterzig, wir müssen ein bisschen Stimmung aufbauen hier. Okay, wir gehen links rum. Okay, merkwürdig das. Wenn wir alles zurück wollen, gehen wir dann hier rechts rum. Okay? Vorsicht, Vorsicht. Okay, wir filmen, wir filmen. Ja, aber ich habe nicht mehr viel Film, ne? Let's go. War da hinten gerade Kylie Jenner? Ich werde nicht mehr. Oh mein Gott. Und dann dein Restless Bitchface-Gesicht dazu. Ja, 1,60. Also ich würde das schon mal gern für Dinge rausbauen. Hier liegt eine Wirbelsäule. Film nicht. Wollt ihr sehen, wer kein Rückgrat hat? Warte, da kommt irgendwas. Die Tür ist aufgegangen. Wo, wo, wo? Das ist normal, das ist normal. Okay. Normal, okay. Let's go. Ih, ich habe eine Wirbelsäule. Hinter euch! Hinter euch! Ah, ich muss es doch! Oh shit, ja. Okay, wir müssen... Lauf, lauf, lauf! Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wohin? Ah, nein! Scheiße. Der kommt hier rein, der kommt hier rein. Versteck dich. Oh Mann. Los, mach mal, geh 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 mal. Find mich, find mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Find mich! Find mich! Raid Shadow, ja, ich mach ein Raid Shadow Legends Placement. Film mich! Okay, okay. Oh nein! Los! Leute, Gnu ist tot, aber Raid Shadow Legends lebt! Ich sag euch nicht! Oh nein! Ich bin aufgeworfen! Oh nein! Oh nein! Der Hund ist so krank! Ja, oh nein, lauf, lauf, Kies, lauf! Oh Gott, Kies muss einfach raus jetzt. Ja, der Hund ist... Kies, beende das Placement für Raid Shadow Legends! Wo geht's hier raus? Oh oh! Waren wir hier? Oh oh, oh oh! Ich hab mich verlaufen! Oh oh! Oh, das ist Schnecke! Er muss das filmen, er muss das filmen! Film, den... Er muss einfach nur... Wir waren doch gar nicht so weit drin! Er muss einfach nur ein Schiff schaffen! Ich will die Runde schaffen! Er muss eigentlich nur zurück, er muss eigentlich nur zurück! Was hier? Ja, ja, ich glaub, und dann rechts, oder? Wenn's geht... Okay, warte, 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 die Treppe... Ich bin mir nicht ganz sicher, er auch... Hier war ne große Tür! Ach du Scheiße! Ich hab keine Ahnung! Oh Gott! Sieh, wie wir weggeknallt wurden von diesem Hund, ey! Ja, der Hund ist übel! Aber da gibt's noch so viel coolere! Ja, der Hund hab ich auch schon ein paar Mal jetzt gesehen! Genau, weil jetzt draußen können nämlich ganz viele Monster kommen! Ja, er muss halt, er muss halt jetzt eigentlich noch ein Auto machen! Ja, das kann er gleich dann, also einfach gleich den ganzen Film machen! Nicht vergessen zu Film-Keys! Oh Gott, Leute, ich glaub, wir werden das nicht überleben! Meine Freunde sind tot! Wir sind tot! Perfekt! Perfekt! Jetzt haben wir auch noch einen emotionalen Aspekt! Jetzt haben wir auch noch einen emotionalen Aspekt drin! Sehr gut, sehr gut! Wir sind doch hier gar nicht reingekommen! Doch, doch, da ist die Lampe! Ja, das ist das Gebäude! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er muss jetzt eigentlich Lampe anmachen, ne? Oh, da kommt jetzt von der Pro gleich was! Nein, noch nicht, noch nicht! Ich glaub, ich schaff's! Er macht's gut! Er macht's, er macht's gut! Was war das? Was war das? Oh, nein! Nein, wir können ihm nicht helfen! Nein, da hätt's einen von uns gebraucht! Scheiße! Was ist das? Scheiße! Oh mein Gott, da muss man draußen dieses Capture eingeben, ne? Ja, und der Hund ist auch da, der wird erschossen! Holy shit, das ist pervers! Oh mein Gott! Scheiße! Wie das Ding da lächelt, ne? Und ihn abschießt! Scheiße! Oh, da hätt's jemand gebraucht von uns! Das war eine Falle! Scheiße! Ja, bei der Falle muss draußen jemand hin und dann so ein Capture eingeben, damit er wieder freikommt! Oh Mann, ich wollte noch am Schluss sagen... I'm going to break Shadow Legend! Ach Mann! Ihr sponsert echt jeden Dreck, Jungs! Eventually you stopped making videos, the rest of your life was mit... Oh, was mit! Aber es war alles nur ein schlechter Traum! Sollen wir meinen Speicher noch mal nehmen? Traurig! Sollen wir meinen Speicher nehmen? Ja, wir können auch meinen Speicher nehmen! Ja, warum müssen wir versuchen? Ja, dann gehen wir... Ich lade euch ein! So, leider... Äh... ...hab ich meinen alten Speicher nicht mehr. Aber so ist es. So ist es, Lebe-Ebe! 3K-Ausgustung, ist ja ein echter Real-Life-Simulator hier. So, Leute! Let's go! Ein neuer YouTube-Channel muss her! Wie nennen wir ihn? Hä? Äh... Warte, die gefährlichen drei. Kies-Zig... Kies-Zig... Oder Sterzig? Kies-Zig... G. Äh... Gies... Gies... Der... Nee... Gnus... Nee... Gni... Gner... Gnudjo... 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 Gnudscherik. Gnudscherik. Gnudjo... 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 die tollsten Fußbots uns rauszusuchen. Ich freu mich drauf. Okay meine süße Maus. Haha. Jo und der nächste Cut ist, wie wir richtig heftig Panik haben. Okay. In den Mitteln ist ja ganz anders. Ist ja ganz böse. Ich will nach Hause. Oh genau das. Ist ja alles so dunkel hier. Ich will nach Hause. Ist ja alles so dunkel hier. Oh, ist ja gar nicht so schön und blumig. Wo sind denn die ganzen Drogerie-Märken mit Bilou-Schaum? Sag das mal mit dem Chai-Latte. Die Einzel-Warte. Wir stehen vor der Maul. Warte mal, lass mal direkt wo die Tür gehen. Ich bin hier bei der Maul. Der Einzelhandel ist hoch. Und schon wieder mal die Chai-Latte geklaut. Ja, warte. Das ist perfekt. Äh, hinter uns. Ich stehe hier vor der Maul. Der Einzelhandel ist wirklich tot. Hinter uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, lauf. Renegade. 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 Oh shit. Gib ihm den Chai-Latte. Chantal, hör auf. Chantal, ruhig dich. Wir haben gesagt, heute auf dem Schulhof, aber ohne Treten. Das ist ja ein Ohr. Ich laufe hoch. Chantal, wuhuuu. Meine Haare. Warte mal, okay. Hallo meine Lieben. Ja, wir wurden gerade ein bisschen gejagt. Aber wir haben immer noch Lust. Mein Nagel ist abgebrochen. Meine Frisur sitzt. Das ist perfekt, Leute. Ach du Scheiße. Das ist richtig geil. So, habe ich vergessen. Sponsor noch ein Grüßen. Okay. Und bitte. An der Stelle möchte ich unseren Sponsor grüßen. Drei Wetter schmalzt. Meine Frisur sitzt. Perfekt, perfekt, perfekt. Hier ist ein Xylophon. Kannst du das so sagen? Oh mein Gott, ein Xylophon. Genau. Okay, oh bitte. Oh mein Gott, ein Xylophon. Joi. Perfekt, 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 perfekt. Das ist Content, Freunde. Ja. Oh mein Gott, hier ist wieder so eine Falle. Oh, soll ich mal rein und die macht es? Oh, eine Ha... Kannst du mal gehen? Ist das vielleicht der Eingang zu Starbucks? Das ist eine Haarhaube. Das sieht ja wirklich aus wie eine Haarhaube. Guck mal, da oben ist ein Gesicht. Hm, irgendwie. Na gut, dann nicht. Wieso geht das noch nicht? I don't know. Ich wollte eine Ahnung. Der ist ja von Dörsen hinterher gegangen, ne? Äh, äh, Kiesel. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Okay, 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 okay. What's the deal? Nimm die Kamera und film's. Okay, gib die her. Schmeiß die auf Kuh zu mir. Ich kann nicht. Ich lass dich vertacken. Ja, okay. Oh oh. Oh mein Gott. Ich hab doch keine Ahnung, wie es geht. Ähm, du hättest das Wort da einfach eingeben. Ah! Ah! Okay, lass uns gehen, wir haben genug Material. So, meine süßen Mäuschen, der Sterzig musste leider schon nach Hause. Gell, Kies? Ich will noch den Einheimischen interviewen. Ich hab kein, ich hab kein Ding mehr. Ich hab keinen Film mehr. Keinen Film mehr. Lass abhauen. Wir haben keine Abmord. Wir haben keine Abmord. Wir können das Video nicht bringen. Oh shit, denk dran, die Chantal ist oben noch. Ach du Scheiße, wieso ging dir das jetzt schon ab? Ich war ein bisschen Ausdauern. Lass raus hier. Du bist mein Mona Lisa. Ich will nur nach Hause. Hallo, Kiesjaw. Meine Mama hat mir wieder erlaubt, Knumilch zu trinken. Wunderbar. Knumilch, wie geht's? Hey, das ist geil. Das ist die beste, warme, reichhaltigste Milch der Welt. Nee, will ich nicht ran an den Knumilch. Der Nippel ist auch so lang wie so ein Stroh. Kommt da Milch raus? Mhm. Kommt. Hallo, Stürzig. Ja, ich war plötzlich am Padlet oder so. So, hat jemand, wo ist der Film? Ich gar nicht. Rein damit, rein damit, entwickeln. Ich will euch die DVD vorstellen. So. So Freunde, mein Cutter ist fertig. Wunderbar. Hat eine KI gemacht, ne? Grüße an den Tim im Schnitt, ne? Der hat hier was fertig gezaubert. Ja, der ist richtig fix, der Tim, ne? Ähm, ja. Ich würde das einfach mal reinhauen. Nehmt euch zurück. Viel Spaß bei unserem Video. Das kommt Sonntag live, ja? Geil. Hallo, meine Lieben. Heute sind wir auf dem Weg nach Berlin-Mitte, um die tollsten Spots uns rauszusuchen. Ich freu mich drauf. Cool. Ich bin voll happy. Okay, meine süße Maus. Haha. Äh, Hinton. Ich steh hier vor der Maul. Der Einzelhandel ist ja wirklich cool. Hinton. Hinton. Das ist ein TikTok-Girl. Renegade, 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 Renegade. Gib ihm den Chai Latte. Gib ihm den Chai Latte. Chantal, beruhig dich. Gib ihm, gib ihm irgendwas von Starbucks. Schnell. Oh Mann. Scheiße. Huuu. Huuu. Aber wir haben immer noch Lust. Was habt ihr? Mein Nachhinein ist ab. Meine Frisur sitzt. An der Stelle möchte ich unseren Sponsor grüßen. Drei Wetter Schmalz. Meine Frisur sitzt. Oh mein Gott, ein Telefon. Ist das vielleicht der Eingang zu Starbucks? Das ist eine Haarhaube. Sieht ja wirklich aus wie eine Haarhaube. Digga, was soll das? Leute, ich bin gefangen. Hilfe, schnell. Oh, okay. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Einheimischen. Das Wort war einfach. Einfach tot. Hinter dir. Ah. Okay. Guck mal, die süßen Neusten. Der Stärz ist, muss ich leider schon nach Hause. Guckis. Ich bin auf dem Einheimischen. Oh, geil. Das speichere ich mir ab. Leider kein Auto, aber 2000. Boah, das ist mega krass. Geil. Alter, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war fast schon tierreich. Wir gehen ins Bett morgen nochmal. Geil. Überlegt euch ein Thema. Kindergartenkinder. Oh Gott. Das ist ein Ausflug. Nee, ich weiß, was wir machen. Wir machen einen kleinen YouTube-Film, was wir dann den Eltern schicken von unserem Ausflug. Oh ja. So von wegen, hallo Mama. Ja, hier ist schön. Okay. Wir fahren nach. Wir fahren. Ja, wieder Berlin-Mitte. Ins Schulandheim. Nee, Berlin-Mitte. Berlin-Mitte ist halt einfach auch perfekt. Da macht man Ausflüge. Berlin-Mitte, das schickt man den Eltern. Ich habe noch eine Tasche, Lampik. Wer braucht noch eine? Ja, ja, ja. Ich, 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 ich. Berlin-Mitte ist perfekt, aber wir haben auch 329 Dollar. Ist geil. Ja. So. Okay, seid ihr bereit? Gleich. Ihr könnt euch ja, ihr könnt euch ja mal hier hinsetzen. So, mal ganz kurz. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, setzt euch gerne mal hin. Dann machen wir so ein schönes Geschwister. Ihr grüßt eure Mama. Oder irgendwie die Tante oder so. Mama, wir gehen jetzt nach Berlin-Mitte. Ich bin voll aufgeregt. Ja, finde ich gut. Grüße. Und immer ganz am Ende. Grüße. Und das dann abschieben. Okay. Grüße. Okay, setz dich in den Blut. Wir nehmen dich. Ohne das Mikrofon erst mal. So, einfach nur in die Kamera gucken und grinsen. Und zum Ende. Grüße. Okay. Und bitte. Mama, wir gehen jetzt nach Berlin-Mitte auf Klassenfahrt. Tante Inge, grüße. Grüße. Schön. Als würdest du so unangenehmen Kinder-Content mit uns machen, um Kohle zu bekommen. Toxischer Influencer. Das wäre eigentlich witzig. Du müsstest so tun, als wärst du unsere Mama. Und dann bist du, dass wir tollen Content für YouTube drehen. Stößen. Das wäre klasse. In der letzten Runde. In der letzten Runde, oder? Ich will nicht mehr diese Vita-Tal. Oh, was? Lass uns in der letzten Runde machen. Das finde ich geil. Machen wir die letzte Runde aber so, oder? Ja, jetzt machen wir erstmal Urlaubs-Rudus. Aber du hast mir was von Kinderschutz erzählt. Halt's Maul über den Udo. Oh, schaut mal. Ich höre etwas. Das hier wird heute unsere Jugendherberge-Mama. Da unten ist der Keystore. Und der Blue. Den Sound habe ich drauf. Grüße. Grüße. Oh mein Gott, das ist doof. So, das ist die Jugendherberge hier. Schön. Schön. Ja, einladend. Einladend. Wenn du eine richtige deutsche Mutter bist, musst du dich aber auch irgendwie über Sauberkeit beschweren. Oh Gott. Oh Gott. Was ist los? Ach, du Scheiße. Ich muss filmen. Ich brauche Ton. Ich brauche Ton. Was willst du sagen? Grüße, Mama. Hilfe. Nein. Nein. Nein, Mama. Mama. Aua. Du musst ihn abschmeißen. Abschmeißen. Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Ich habe es geschafft. Grüße, Gru. Grüße. Ha. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Grüße. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Grüße. Da ist irgendwas, was uns immer wieder beißt. Ich habe jetzt keine Lampe, ne? Das kommt, das kommt, das kommt. Ich habe keine Lampe mehr. Ja. Bisher ist alles klasse, Mama. Alles gut. Mach dir keine Sorgen, Mama. Der dunkle... Die... Nein, nein. Nein, verdammt. Nein, verdammt. Nein. Hilfe. Nein. 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 Oh Gott, das ist furchtbar, das Monster. Scheiße. Das ist ein scheiß Monster. Das ist richtig ätzend, ne? Oh, da oben kommt noch mehr von denen. Aber man kann auf die Gegenstände schmeißen. Oh shit. Oh mein Gott. Und die Kamera ist weg. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Alter, was ist das denn für ein Assi? Ach du Scheiße. Was ist das da oben für ein Ding? Oh, das ist so ein Bug... Ich kann ja auch nichts machen. Das ist ja blöd. Man kann die mit Kamer... Auf Kuh kannst du die abschmeißen mit deinen Gegenständen. Ja, aber das ist ja blöd, weil das Vieh hat mich gerade gehabt, ich konnte nichts machen. Ja, das war es halt im Schulanteil. Oder muss man dann da springen, oder? Ja, also springen oder halt auf Kuh was abschmeißen. Auf Kuh kannst du die Gegner oft abschmeißen, wenn du Kuh lang gedrückt hältst. Echt? Ja. Mit deiner Kamera oder mit deiner Taschenlampe. Ah, okay, ja gut. Ja, süßen Mäuschen. Dann ab ins Bett, das war wohl nichts. Dann machen wir jetzt den toxischen YouTube-Kanal. Content, Kinder-Content. Ja, ich bin jetzt der toxische Papa. Okay. Ich möchte meine Kinder als virale Figur nutzen. Okay. Wenn du richtig toxisch sein willst, musst du eigentlich eine Sporttasche hinstellen und sagen, es ist ein Bombenbring. Boah, ja. Hä? Ja. Eigentlich alles, was Apo macht, musst du nachmachen. Stabiler Hase, hier fünf Millionen, fünf Mille aufs Bank, ne? So, weißt du, so anwesend. Berlin-Mitte. Schnapper, du. Oh, wir brauchen mal ein paar Taschenlamps hier. Ich mach jetzt gleich, wir machen jetzt gleich so ein Intro. Und ich sag so, so Kinder, geht's euch gut. Und ihr sagt so, ich will nach Hause. Und dann machen wir euch richtig zum Bauch. Genau, wir machen mit dem Partypopper noch diese dumme Gender-Reveal-Party nach. Das heißt, dass... Ja, perfekt. Genau, dass jeder von uns sein Geschlecht sagen muss und dann diese Dinger poppen muss. Du sagst, so Kinder, Gender-Reveal-Party. Ich kenn mich aus. Soll ich mein echtes Geschlecht sagen? Ja. Okay. Du dann zuerst, du sagst, dein Geschlecht machst dann Partypopper und dann ich meinst dann Partypopper. Was ist mein Geschlecht? Junge Mädchen. Ach, ich bin Junge? Ja. Okay. Da diskutiere ich jetzt nicht mit dir. Machen wir jetzt den blöden Vater? Genau. Oder die Mutter. Nee, wir machen ein Gender-Reveal. Ich bin ein virales Video und wenn das gepoppt ist und ich nichts mehr sage, sagt ihr, können wir jetzt nach Hause? Ich sage, nein! Okay. Dann musst du sowas sagen, Moment, dann musst du sowas sagen wie, ja, was ist es denn jetzt? Und dann sagt Knu Mädchen und ich sage Junge. Ja. Dann mache ich zuerst Partypopper und sage Mädchen. Ja, okay. Ja, und danach sage ich, wollen wir los? Und dann sagt ihr, nein, wir wollen nach Hause. Und dann mache ich euch richtig zu saust. Okay. Und bitte. So, Kinder. Was ist es denn? Junge oder Mädchen? Mädchen! Junge! Cool, wollen wir los? Können wir jetzt nicht nach Hause? Nein, ich will nach Hause. Ich hatte Füße. Ihr geht jetzt nicht nach Hause! Ah! Oh, geil. Das Band müssen wir unbedingt. Kies, hier liegt noch eine Taschenlampe. Kies, die Taschenlampe. Taschenlampe. Okay, let's go. Abfahrt. Ich habe eine. Rein. Okay. Wir machen jetzt, wir machen jetzt noch Beweisvideos. Ja. Du musst auch das verarschen, wo doch die Mutter gesagt hat. Du musst auch das verarschen, wo die Mutter gesagt hat, für das Thumbnail wein doch nochmal. Ja, wir machen jetzt Beweisvideos fürs Jugendamt, dass es euch gut geht. Okay, okay, das ist geil. So, stellt euch mal hier vor. Ihr seid jetzt... Was soll das? Ja, finde ich gut. Perfekt. Jetzt müssen wir aber noch wirklich... Wir müssen uns auf links ergreifen. Okay. Papa, bringst du uns fliegen bei? Ja. Okay. Ich vertraue dir, Daddy. Ich liebe dich. Ja, Daddy! Wo seid ihr? Hier. Wo ist eine Kamera, wo es schmerzt? Der läuft natürlich die Treppen runter. Sein Kind musste sich ja die Treppe runterstürzen für Klicks. Wo ist eine Kamera, warum haben wir jetzt zwei Kameras? Hier, warte mal. Wo? Ah, die ist kaputt, oder? Von Ahnung. Ist das vielleicht die Kamera vom letzten Mal, die wir fliegen gelassen haben? Da steht noch 25% Film left. Ja, deswegen... Ja, vielleicht ist sie das. Nehmen Sie mal mit. Aber die ist kaputt. Nehmen Sie mit? Wir nehmen sie mit, aber die ist kaputt. Ja, vielleicht ist aber der... Das wäre ja genial. Kannst du noch so was machen wie... Kann ich mit Tobi spielen? Nein, wir haben Tobi zu Hause. Das ist doch so ein Monster. Oder so. Ja, ja. Kann ich Joghurt haben? Wir haben Joghurt zu Hause. Papa, kriege ich ja einen Action-Man. Ne, ich zwing gleich einen von euch mit dem anderen Kind zu spielen. Okay. Warte, das ist perfekt, das ist perfekt. Das sind echt die Klicks. Wir haben noch ein 50% Akku. Okay. Ich spiele doch mal mit dem kleinen Pascal Sören. Ich will aber mit dem Pascal Sören nicht spielen. Pascal Sören, geil. Ach, guck mal. Da ist eure Mutter auf dem Boden. Oh, Mami. Ich möchte auch mal so aussehen wie du. Kack, Mami. Ich vermisse Mami. Ich hab Daddy viel lieber. Warte, kannst du, oder? Sag das nochmal. Ich vermisse Mami. Du vermisst niemanden, du hast mich verstanden. Das wird so ein Verblühtes, Mann. Das wird so scheiße. Oh, wir sind wieder hier. Hier ist auch niemand. Hier ist kein Kamerad von Kies. Guck mal, ich hab einen Churro. Kann ich sowas sagen wie, kann ich Churros haben? Ja, Churros zu Hause. Ja, klar. Hier ist mein Sohn, Mann. Hier ist wirklich. Ja, kann ich Churros haben? Das kannst du vergessen, wir haben Churros zu Hause. Mann, ey. Was denn? So, wir brauchen jetzt noch IC-Kamera. Vorhin ging es direkt ab, ne? Wir haben ja noch 15 Prozent. Ich glaub, es ist einfach bisher nur ein massivst, verstörendes Band. Das glaub ich auch. Es ist bisher einfach nicht verstörend. Hm. Warte, ich stelle euch mal nebeneinander nochmal. Nein, nein, filmen jetzt nichts. Wir müssen noch Monster drauf haben. So was mit dem Spiel. Ja, du hast schon recht. Du hast schon recht. Der kleine Jeremy will mit dir spielen. Papa, ich will mit Jeremy nicht spielen. Du spielst es mit Jeremy. Okay. Wir müssen nur die wieder rausfinden. Wir müssen nur lernen die finden. Boah, was ist das eigentlich für eine riesen Dankeschön? Oh, hier geht's runter. Papi, Papi, lass in den Keller gehen. Hier wird doch wohl irgendwo ein Monster sein. Dauernd belästigen uns die Viecher. Hallo, Mr. Monster. Oh, oh, komm mal mit. Ja. Stößen. Leute, wir sind hier. Hier ist Jeremy. Wo? Hinter uns, hinter uns. Stößen. Ja. Komm her, hinter uns. Oh, was ist das? Komm. Wo seid ihr? Hinter dir. Hinter dir. Ich hab hier ein Animal-Kopf. Ich hab hier ein Animal-Kopf. Ich hab ein Animal-Kopf. Ja, schau. Wo ist der Geist? Komm, ich... Also hier leuchtet auf mich drauf, ne? Okay. Ich sag sowas wie, ich will mit Jeremy nicht spielen. Du spielst es hier völlig mit Jeremy. Die kam... Oh, 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 mein Gott. Oh, mein Gott. Ich will mit Jeremy nicht spielen. Hilfe, Hilfe, bei mir ist auch was, Danny. Ich will nicht... Daddy, nein, Daddy, Hilfe, Daddy, Perl. Oh, Gott. Los, spiel mit ihm. Spiel, spiel. Okay, ist vorbei, wir können gehen. Wir müssen los, komm. Ach, du Scheiße. Das war jetzt nicht die beste Leistung. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wo geht's hier aus? Ich hab keine Ahnung. Renn erstmal, renn erstmal, renn erstmal. Oh, mein Gott. Hier ist Dacasse. Okay, Scheiße. Wo bist du? Äh, in der Mitte. Ja, ja, ich sie. Ja, wir müssen weg. Hier ist die Tür. Oh, fuck. Komm jetzt. Ja, ja, ja. Nee, das ist falsch, das ist falsch. Rauchst du, rauchst du. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist mein Hüftnis. Jeremy. Das ist ein Spinnenweben. Einfach pass ich mich auf. Genau, und jetzt weg hier. Jeremy hat mich abgespuckt. Ja, ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Nicht so viel Sprinten. Wie ist jetzt Schiss bekommen? Perfekt. Ist gut groß? Ja, ja, ist gut. Da war eben gerade ein Monster da hinten, by the way. Wo? Hier, glaube ich. Komm, ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ja, hier lang, hier lang, hier lang. Oh, Gott. Komm her. Ja, da hinten ist ein Pee. Warte, warte, ich habe keinen Ausdauer. Okay, schön kurz. Hier ist auch ein Pee. Ich bringe jetzt einfach dann vorbei. Oh, shit. Schmeiß die Kamera. Oh, shit. Schmeiß die Kamera runter. Okay. Liegt, liegt. Liegt genau hinter ihm. Lebst du ja noch, oder? Sterzig? Ja. Ja, ich lege hier oben noch. Ich habe in dem Blick. Geh einfach hin und nimm sie dir. Wirklich? Ja, ja, und auf. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ach, du Scheiße. Das war's jetzt. Er muss jetzt, keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe wenigstens auf der Hände. Ja, ja. Du kannst die Dinge eigentlich auch mit was abschmeißen, dann lassen die dich los. Ja, ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Du musst dann quasi auf den Boden gucken, zur Decke und dann Kuh drücken. I tried. Aber es hat dann wahrscheinlich nicht geholfen. Ich habe nur die Taschenlampe. Gott, ich hoffe, dass es jetzt keine Falle oder so aus dem Erkommt. Ich glaube, er schafft es. Er muss halt die Tür zumachen stehen. Ja, ja. Aber egal, die Kameras sind ja drin. Das ist die Hauptsache, True. I did it. Ja, True, vielleicht sind die Kameras wirklich noch unten. Man kann die wieder mitnehmen zunächst mal. Ich bin ja leider auch gestorben, aber ich konnte die auch nicht anmachen. Jetzt geht's. So. Wuhu. 4 Dollar Krankenhausrechnung. Let's go shut the bell. Kies, das ist der Mann. So, Leute. Jetzt sehen wir mal die CD. Das werden wir jetzt dem Jugendamt schicken. Gucken wir mal auf die Kuh-Kuh-Bombe. Nicht vergessen. Wir wollen so familiär wie möglich rüberkommen. Okay, let's go. Kann ich wieder zu Mama ziehen? Nein. So, gucken wir mal. So, Kinder. Was ist es denn? Junge oder Mädchen? Mädchen! Junge. Cool, wollen wir los? Nein, ich will nach Hause. Ihr geht jetzt nicht nach Hause! Geht's euch gut, Kinder? Ja, ich bin wohlgenährt, Papa. Nee, dir geht's gut. Du sagst, dir geht's gut. Hast du mich verstanden? Hast du schon gefilmt? Ja, natürlich. Okay, okay, Papa. Geht's euch gut, Kinder? I wonder if Sterzig is a good friend. Ihr seid jetzt... Ihr... Was soll das? So, Töchterchen. Geh doch mal zurückwärts. Geh mal rückwärts. Ich vertraue dir, Danny. Rückwärts. Ja, Danny! Die dumme Scheiß-Güse. Ach, guck mal. Da ist eure Mutter auf dem Boden. Oh, Mami. Ich möchte auch mal so aussehen wie du. Ich vermisse Mami. Du vermisst niemanden, hast du mich verstanden? Papa? Ja? Kann ich Churros haben? Das kannst du vergessen, wir haben Churros zu Hause. Einfach die Kamera so von unten. Mann, ey! Du spielst jetzt mit Jeremy. Ich bin mit Jeremy. Du spielst jetzt mit ihm. Du spielst jetzt mit Jeremy. Hast du mich verstanden? Jeremy nervt. Oh Gott! So, spiel mit ihm. Ah, geil. Warte mal, haben wir es geschafft? Yo, 3K von 3K. Boah, aber ganz knapp, ne? Das hat die Leute nicht so überzeugt, die Daddy-Star. Also das Jugendamt war nicht begeistert. Nee, du hast noch fünf. Ich glaube, das Jugendamt ist abgeholt. Ah, ab ins Nash, Leute. Ei, 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 ei. Das hat das Video gefallen. Geil, Leute. So, ihr kleinen Mäuse. Dann gehen wir mal unten an den Tisch. Ja, das hat doch Spaß gemacht. Das hat doch Spaß gemacht, Freunde. Ja. Wie müssen sie YouTube-Videos produzieren. Wie richtige Profis. Ja. Ja, Papa. Ich habe zwar keinen Cent davon bekommen, aber das war doch klasse. Weil wir zu viel geflucht haben. Wir haben zu viel Pipi-Kaka-Humor reingebracht. Aber. Geh auf dein Zimmer. Nein, genug. Geh auf dein Zimmer, Kies. Aber das. Geh auf dein Scheißzimmer jetzt. Mögen doch unsere Zuschauer. Nur ganz ehrlich, nein, ich will sie stören. Und du gehst auch auf dein Zimmer. Geh auf dein Zimmer. Wenn ihr mehr Content sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Geh auf dein Zimmer. Aktiviert die Glocke. Aber er ist ein Arsch. Ja, lass ihn uns umbringen. Wir machen eine nächste Folge, da bringen wir ihn um. Ja, wir bringen ihn um. Geil. Okay, also wenn ihr ein Video wollt, in dem wir stärzig umbringen, Kiesi und ich, dann lasst viele Likes da, dann machen wir das in der nächsten Runde. So sieht's auch. Boom. Boom, baby. Truck, truck, truck. Das war toll, Leute. Es hat Spaß. Ja, danke euch. Lasst ein Like und ein Abo da bei uns allen. Danke. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.